Herzlich willkommen zur sechsten langen Nacht der Wissenschaften in Jena. Wollten Sie schon immer einmal auf einem fliegenden Teppich eine kleine Reise über dem Jenaer Paradies machen? Kein Problem, denn diese abenteuerliche Reise erwartet Sie im Studio des Multimedia-Zentrums. Mit Werkzeugen aus Hollywoods Trickkiste und ein bisschen Zauberei erfahren Sie live vor Ort, wie Spielberg, Tarantino und Co. im digitalen Zeitalter ihrer Zuschauer faszinieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und tschüss!